Was jetzt? Was jetzt? Ich denke, das UNSC hat bessere Sicherheitsprotokolle als die Allianz. Wir können stoppen. Auf den Reaktor. Auf den Reaktor? Wird verlegt, für uns sollten wir mitgehen. Okay. Ähm. Wird schon richtig sein. Na klar. Der Master Chief weiß alles besser. Ich bin auf dem Reaktor. Tuch. Ja. Ähm. Wenn sie wirkt. Guck mal, wenn ich jetzt springe. Oh, nischt. Auf beiden Seiten der Kühlkammer sollten sich Fächer befinden. Die sind unser Ziel. Wir müssen über die Steuerungsfächer das Kühlsystem geactivieren. Wo ist das Ziel? Ich weiß es nicht. Äh. Nein, nicht da, wo du bist. Okay. Okay, ich fliege. Doch, da, wo du bist. Ähm. Alter, hast du das gesehen? Ich bin gesprungen. Hab dann diesen komischen Jump gemacht, ne? Ja. Hab dann losgelassen und bin dann gegen ein Raumschiff gesprungen, abgeprallt und dann, ähm, ja, leider gestorben. Das war echt lustig. Hm. Kelly braucht Hilfe. Tja, ich bin tot, übrigens. Ach so, okay. Ich fliege gerade. Hm, ich seh das. Und sterbe gerade. Ja. Oder auch nicht. Ich komm auch nicht mehr wieder. Ja. Jetzt sind wir nicht, na klar. Jetzt sind wir wieder Firefuchs fliegt. Kelly's Funken ist tot. Neu formieren! Ich würde gerne bitte wiederkommen. Hallo? Oh. Oh. Ja. Ich kann eh gerade nicht spüren, ich will mal was zu kriegen. Okay. Alter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, da. Da. Okay, ich versuch erst mal hier noch ein paar. Uah. Ich seh nichts auf der Karte hier übrigens. Ach, oh Wunder, ich bin ja immer noch nicht im Spiel. Ja, hier sind, hier sind nur irgendwelche Viecher. Ich weiß bloß nicht. Ach nee, der nicht. Frederik auch nicht. Ich fühl mich wie so ein Streamer, der anderem beim Spielen zuguckt und dabei streamt. Und kommentiert. Ich weiß. Oh. Oh. Reicht das? wahrscheinlich nicht also wir müssen aussteigen wie es aussieht die frage so steigt man aus okay so ist ja alles leer hier denn oh ich bin wieder da holy moly foley so tschüss überbrückung steuer okay der erste ich mach mal hier die lüstung kaputt die leitungen leichter ausschalten die amade hat uns entdeckt verstärkung ist auf dem weg sie schicken phantoms oh gott okay sind alle weg glaube ich in welcher taste steigt man raus nicht dass ich die offiz gedrückt halten zu hangar buch bis mal aussteigen ja doch Schnell laufen Komm, mach die Tür auf, ja Oh, ein Kick und weg Danke Wo ist das Ziel? Ich bin schon auf dem Weg dorthin Ich komme, ich folge dir unauffällig Na toll Das ist gut Was? Oh, ich hasse die Viecher Welche? Die mit dem Schwert hier? Die hier mit dem Schwert, ey Speichern, Fehlgeschlagen Oh, warte mal, Frederik braucht Hilfe Oh, ne, 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 ne Hey, es ist aber hier, was aus Oh, ich sterb gleich Oh, oh, ich habe keine Muni mehr Wir müssen den Dicken loswerden Ja, ja Oh, ich komme ab Achtung Achtung Au, 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 au Oh, das ist noch so ein Fetter Ah, Mist Das sind zu viele Das sind zu viele Scheiße Hol mich hoch Alter Alter Ja, ich bin tot Ich auch Und wieder von vorne Oder? Ernsthaft? Ja Oder? Nee Ach, das ist die Szene, wo Frederik da lag schon Wir müssen nach oben Das ist einfach viel zu viel Scheiße Ja, 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 ja Wir sind zu, zu, zu krass drauf Wo bist du denn da hinten? Lass uns mal zusammen bleiben Aber man fährt echt schnell Schild bei dem Spiel, ne So, wir werden das erste Mal auf dem harten Schwierigkeitsgrad spielen Gehen wir keine Danke, Spass Ach, komm Firefox Ja, ich bin gleich wieder sterbend unterwegs hier Mach keinen Scheiß Ich mach keinen Scheiß Kelly hilft mir gerade Achtung Ähm Lebst du noch? Ja Leider Oh 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 nein Oh ich hab keine... Ist der schon weg oder nicht? Alter. Oh, komm. Geh mir mal zur Hand. Geh mir mal zur Hand. Geh mir da nicht dran, ey. Ja, ich werd sterben. Ich bin tot. Fuck. Ich renne weg. Ja, überleb mal. Du bist, glaube ich, der Letzte. Stimmt. Oh, ich bin wieder da, warte. Oh, ich versuch den Dicken wegzumachen. Wohin sollen wir denn evakuieren? Weiß ich nicht. Okay, der Dicke ist weg jetzt. Hey. Ja. Ein Railgun-Schuss und dann sterben die. Richtig gut. Ah, Mist. F-Fox. Ja. Ah, schon gut. Ja. Wo denn? Ja. Ah, hier. Ei, 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 ei. Prost. Puh. Zeitländer. 89 Sekunden. Sierra 117 an Infinity. Agent Moon ist zerstört. Ich weise Team Blau neu zu. Ziel Meridian. Potenzieller Kontakt mit Cortana. Negativ 117. Es wurde bereits ein anderes Team auf Sie angesetzt. Was ist denn auf den Teufel? Kehren Sie sofort zu Infinity zurück. Negativ Infinity. Das gefällt mir nicht. Wer immer Sie sind, wir müssen Marie den vor Ihnen erreichen. Kelly. Nein. Du musst das nicht allein machen, Chief. Jetzt sind wir da raus. Geht das ja wohl nicht alle vor's Kriegsgericht zahlen, oder? Sind das jetzt seine Kumpels eigentlich nicht, ne? Von damals. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Und getarnt. Oho. Laden. Ich hoffe, der speichert letztendlich. Ich den wieder locke. Ja, ich glaube... Moment. Ich glaube schon, dass der speichert. Dazu müssen Achievements kommen, ja. Aber dadurch, dass er halt nicht steht, speichern, ne? Wen nimmst du? Moment. So. Ja, ich bin wieder... Ah, Vale. Das ist so ein Zwei-Story wie ODST, ne? So aus zwei Perspektiven. Cortana dient uns nicht mehr, Captain. Sie ist eine Gefahr. Sie hat Zugriff auf die Domäne der Blutsväter. Ein galaxieweites Netzwerk, mit dem sie kontrollieren kann, was auch immer diese Stadt anrichtete. Was ist das für einer? Wie hat sie... Der Master Chief glaubt, sie hat ihn kontaktiert. Was? Nein. John darf nicht mit ihr sprechen. Und jetzt ist er auf der Suche nach ihr. Sie ließen ihn gehen? Wie ist das? Niemand schreibt dem Chief was vor. Er macht, was er will. Bis 6.31 Uhr heute Morgen, als er sich unerlaubt entfernte. Es geht hier nicht um den Master Chief. John ist emotional nicht in der Lage, sie als Bedrohung zu sehen. Hey! Würde mir mal jemand antworten? Du gehst zu weit, Roland. Ja, Sir. Aber alle anderen auch. Sie erschufen Cortana und nun unterschreiben sie mit diesen Anschuldigungen ihr Todesurteil. Roland. Sie glauben, der Master Chief hätte wegen ihr seinen Posten verlassen? Bei allem Respekt, Sir. Warum? Warum ist Cortana das Problem? Weil sie sich geweigert hat zu sterben, als sie sollte? Wo wir wieder in der Endszene sind, ne? Aber eigentlich ist sie gestorben. Oder etwa nicht? Kannst du damit leben? Ist nicht nur irgendein weiteres Ziel. Jedes Ziel ist nur ein weiteres Ziel, Buck. Ja. Für dich vielleicht. Ich war gern bei der OAST. Zeig doch. Zählen und schießen. Nichts von diesem... Grauzonen-Schwachsinn. Ich mein, wie sollen wir sie denn überhaupt nach Hause bringen? Höflich fragen? Nein. Was zum... Eine Rüstungssperre. Legt ihre Systeme lahm. Ist der Typ aus Halo 3 ODST. Was? Du bist nicht als Einziger wegen ihm hier. Hm. Das war mir gerade ein bisschen zu Meta-ebenisch, ne? Zu dolle. Keine Ahnung. Absolut. Meridian. Ist das nicht ein Weltraumaufzug da? Ja. Sieht so aus jedenfalls. Keine Ahnung. Oh. Geht abwärts. Ist ein Weltraumaufzug. Krass. Das sieht ziemlich cool aus. Ja. Alles sich so gehört. Ich bin in einer Kolonie wie Meridian aufgewachsen. Die Leute hier wollen nicht, dass das UNSC einfach so in ihrer Stadt landet. Sie sehen das als Akt der Aggression. Guck mal, wie schnell der ist, ne? Apropos Akt der Aggression. Das sind Blutsväter-Schiffe. Was zur Hölle machen die Blutsväter hier? Vielleicht sind noch mehr Leute hinter dem Master Chief hier. Wer auch immer da in meinem Lift ist, identifizieren Sie sich. Hier spricht Spartan Jameson Locke, UNSC. Schläger. Allesamt. Und mit wem spreche ich? Hier ist Governor Sloan. Wo zieht ein Governor Sloan? Guck mal, der heißt Dortmund. Die haben ihn Dortmund. Wer bist du? Wer geht das? Was geht hier vor? Die Meridian-Station wird angegriffen. Sloan versucht Widerstand zu leisten, aber... Cooles Outfit. Sie sind unbewaffnet. Osiris. Die Leute der Station brauchen unsere Hilfe. Was sind denn das Bedinger? Schläger. Was für eine Apogee-Station gehört? Schäger. Geil. Beruhig. Beruhig. Meridian-Zentrale. Öffnen Sie die Türen zum Weltraumlift. Es wurde überrannt. Waffen Sie auf, dann können wir helfen. Wer flucht, Kyle? Na schon. Na schön. Oh. Ach, die können wir doch schon. Das sieht schön aus. Richtig gut. Ja, wenn die Drohnen ausschalten, dann endet die Abriegelung. Bürger von Meridian. Gehalten sich den Waffen und verteidigen Sie unsere Heimat. Nicht gesagt, es lohnt uns. Auf zur Kontrolle. Aktivieren Sie die automatischen Geschütze. Wir versuchen es ja, aber die Tür zum Sicherheitsturm klemmt. Automatische Geschütze könnten nützlich sein. Scheiße, so darf es nicht. Halt es nicht weiter unterbestimmt. Ey. Der wird geschmarrig laut hier. Ich kann mich rüber. Au, 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 au. Ach, Mist. Meine Panzerung blockiert. Wieder auf den Weinen. Danke. also falls man meint der firefight der schnorchelt ich habe hier zu tun ich muss mich konzentrieren es ist halt kein halo 1 bis 4 muss man sich sehen die tasten sind anders muss mich komplett hier ungewöhn kann man nicht einstellen halo 1 bis 4 controller modus ich hole dich thank you for the music wo müssen wir hin aber wir müssen erst mal alles klären die sind echt übel die viecher wo bist du als ich mich zu dir umgedreht habe bin ich voll desintegriert worden dann können wir helfen ok also noch mal von vorn